Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Love Paper. Ich habe immer noch Stempelfarbe an den Händen ohne Ende und ich möchte hier heute mit euch Razzifazzi meiner ganzen wunderschönen Daikrats, die ich hier so bekommen habe oder auch gekauft habe oder auch selbst gemacht habe, möchte ich dieses Sprüche-Junk-Junker einfügen und damit es für euch nicht so gern langweilig wird, weil das ist glaube ich ein schönes Gefummel. Ich habe hier viele kleine filigrane Sachen. Damit es für euch nicht so gern langweilig wird, werde ich das wieder so machen, so wie beim letzten Video. Musik an und das ganze Video natürlich ein bisschen schneller laufen lassen. Dann werdet ihr sowieso im letzten Video im Flipthrough, also im letzten, was ich machen werde, in Zukunft gesprochen, werdet ihr dann sehen, was alles wie wo in diesem schönen Journal wohnt. Ich bin jetzt schon dabei, dass ich es am liebsten behalten würde. Ich würde es am liebsten gar nicht weggeben. Das ist so schön geworden und so reichhaltig schon, obwohl ich das noch gar nicht fertig dekoriert habe. Naja, auf jeden Fall wollen wir hier weitermachen. Wir wollen jetzt, also wir, das Königliche. Nein, Spaß beiseite. Ich werde jetzt hier diese Dye-Cuts einfügen, euch den Speed anschalten und später vielleicht noch mal ein, zwei Worte dazu sagen. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.